So, aus diesem Block wollen wir jetzt eine Stufe herausschneiden. Dafür brauchen wir einen Ausschnitt. Einfach auswählen und dann einfach die Vorderfläche auswählen. Im Prinzip ist es so ähnlich, wie wenn man den Körper aufbaut. Und nur, dass man jetzt den Ausschnitt gewählt hat. Und jetzt braucht man wieder ein Rechteck, am besten mit zwei Punkten, weil dann kann ich sagen, okay, in der Ecke soll das beginnen. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich gebe hier oben, wo schon dieses Feld blau eingefärbt ist, gebe ich schon das Maß ein. Enter. Dann erscheint auch gleich das zweite Maß, blau, Variable. Kann ich auch eingeben. Enter. Und dann wird noch der Winkel gefragt. Da muss ich schauen, dass ich die Maus hier so positioniere, dass das hier im Körper ist. Dann klicke ich einmal und dann habe ich dieses Rechteck hier genau auf die Vorderwand draufgelegt. Dann sage ich Skizze schließen. Jetzt dreht sich das in den Raum und jetzt kann man auch schon sehen, was passiert, wenn ich das nach hinten ziehe. Hier hätte ich noch eine Ausklinkung, aber wenn ich es ganz durchziehe, dann haben wir jetzt praktisch eine Stufe. Der Körper ist 50 tief, also wenn ich hier oben 50 eingebe, dann kann ich auch hier genau bis zur Wand schneiden. Aufpassen, wenn ich das hier nach vorne ziehe, da ist ja kein Körper zum wegschneiden. Deshalb auch dieses Ausrufezeichen. Ich muss also wirklich den Mauszeiger nach hinten ziehen. Einmal klicken, fertigstellen und dann habe ich hier eine Stufe herausgeschnitten. Noch auf Abbrechen klicken. Die zweite Variante wäre die, nochmal das Rechteck auswählen, zwei Punkte. Ich klicke einfach in die Ecke und in die. Jetzt habe ich das Rechteck hier positioniert und wenn ich die genaue Maße bestimmen möchte, gehe ich hier wieder auf Bemaßen. Smart Dimension und dann kann ich hier auf die Linie klicken, den nach draußen ziehen und dann kann ich das genaue Abmaß ebenfalls eingeben. Hier auch nochmal auf die Linie klicken, etwas nach draußen ziehen und dann hier entsprechend das Maß eingeben, was ich hier brauche. Das wäre die zweite Variante.